Ich kann hier nirgends Metall holen. Ne, wir dann auch gerade. Es sind so viele Gigas hier oben. Was? Ach ja, super. Ja, und aus unserem Haus kommen wir jetzt auch nicht mehr raus. Ist er jetzt davor, oder was? Ja. Ja, ich höre ihn. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich sitze fest. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will es gerade nicht mal schaffen zum High zu sprinten, weil dann die Tür offen stehen bleiben würde. Ich kann hier auch nichts machen. Immer wenn ich wo rauf gehe, stehen dort zwei, drei Gigas oben. Super. Ich habe hier zwar einen Alpha-Alo und einen grünen Alo hätte ich hier, aber... Ja. Ich nutze ja nichts, wenn der Gigas stehen. Was findest du noch an? Ja, außerdem brauchen wir Metall auch. Ja. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Scheißraum. Hier ist er. Hier ist er. Hier ist er. Hier ist er. Ich kann ihn nicht mehr hören. Ich kann ihn nicht mehr hören. Ich konnte ihn auch nicht mehr sehen, als ich die Tür gespielt habe. blitz alles okay sprinte mal zum heil jetzt nicht die tür zum zu machen ist zu ist zu ist zu die ziehen auch weiter Das sind zu wissen Gut, dann versuche ich mal hinten an den Strand zu schwimmen und meine Sachen wieder zu kriegen Aber trabt er sich hier jetzt irgendwo rum Fuck 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 Was hast du jetzt? Ein Drache Ein Drache Oh nö Oh nö Lauf, rennen Kann ich nicht Oh scheiße Kann ich nur Drendern töten Ein Drachen? Ja Er ist Level 500 Ach du scheiße Ein Dominos Ja, bei mir war es auch ein Dominos, aber wie Ja, ich pack ihn grad von hinten und schock ihn die ganze Sitz Ja, dann drücke ich dir einfach nur die Daumen, dass du das irgendwie schaffst Ja, er dreht sich dauernd nach mir rüber und ich geh immer nach einen Schritt Mhm Wird unser High ist irgendwo zu schnell Wäre es noch nicht was mehr Stunt, die linke Mausattacke oder die rechte? Ich hab keine Ahnung, er macht einfach easy, gefühlt, äh, schneller, nacheinander kommt Das muss eigentlich die Minute sein Das ist doch das Schlimmste, wa? Na? Ich war auch noch kurz vor dem Sattel unten Ich hab's nur... ...bumpern gehört Ja, bei mir war's genauso Ich hab's bumpern gehört Ich bin aufgestört Ich hab's schon tot Ja Uff, zuhause So Soll ich ein Selativ herstellen dann? Du meinst, das macht gerade keinen Sinn Ich weiß es nicht Ich mein, gut für später brauchen wir definitiv irgendwann wieder eins, oder? Mit nem Drachen entkommen Gott sei Dank Puh Ich steh'n sogar tief her im Gutes Hier oben ist, ist, ist ein Prime Drachen, natürlich Oh, scheiße Das alles bei unserm Berg quasi? Oder bist du schon weiter? Nein Ach du scheiße Ich mag nicht mehr Ich mag nicht mehr Ich mag nicht mehr Angst Wachen sie doof Na, ich kann's nicht ändern Ich kann nirgends rauf Metall abbauen Das kotzt mich gerade so viel an Hier ist ein EQ-Wandertag Ah, na klar, dass da wieder ein Giger oben steht Ja Da ein Prime Racks Was? und 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 Ja, ich bin hier. Ich bin gerade bei einem Metallfelsen, wo ich halbwegs abbauen kann. Ich habe nur vor mir einen Rex und einen Dominus rechts von mir. Und einen Giga auch neben mir. Aber jetzt habt ihr mich gerade so einen Alpha Wolf entdeckt. Gut, aber einen Alpha Wolf durchstest du eigentlich plätten, oder? Ja, den plätt ich eh, aber... Es dauert halt. Oh, der Alpha Wolf macht mehr Schaden als ich. Cool. Ich bin cool. Ja. Gut, dann versuche ich hier unten jetzt ein bisschen Metall zu fahren. 500 habe ich ja schon. Mal immerhin. Er liegt. Gut, Helmer Vogel! Wir müssen schauen, dass ich irgendeinen Trike oder was runterlock zu dir. Dass wir irgendwas haben, was unten dich beschützen kann und so. Wichtig. Bislang habe ich halt nur meinen Hai. Und, äh... Ah. Was? Er ist, ähm... Im Wasser ganz toll. Am Land eher sinnlos. Ach, da ist er. Komm her, Terra Vogel! Und, putt, 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 putt. Ja, hast du dir so gedacht, du scheiß Vieh. Mann, 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 Mann. Man kann es auch übertreiben mit wilden Minus, ne? Ja, ich komme mal wieder runter. 3.000 Metall habe ich. Das ist gut. Ich glaube, für das Erste reicht. Ja. Ich glaube, hier noch ein bisschen Stein etc. Wie schaut es aus mit Fortschuss? Ähm, ich glaube, 12 habe ich jetzt stehen. Für mehr haben wir auch quasi keinen Platz. Okay, Holzhammer. Holz ist schon drin überall. Ich lasse mir noch Metall verteilen und ab geht's. Dauerstein. Fick dich Dino. So. Bleist dabei? Nein. Doch ein bisschen gekochten Fisch gebe ich schon da. Hehehe. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. So. Macht's aus bei dir gerade. Ja, ich bin am Weg runter, ich suche nur kurz vielleicht irgendeinen Trike, was wir brauchen könnten. Weißt du, ein Feuer-Trike wäre hier. Äh, ja. Oder Poison. Poison. Nein, ne, nimm den Feuer. Ja, Feuer macht mir Sinn, glaub ich. Was blitzt hier, was blitzt hier, was blitzt hier. Ach, bist du das da oben? Ich bin oben, ja. Jaja. Da vorne wär ein grüner Terrizino. Okay. Können wir uns auch holen. Aber erst mal ein Trike. Ja, warte. Ich hab ja noch einen Raptor, der geht mir nach ihm. Woah! Alpha Wyvern, oh nein. Und die ist natürlich unten bei uns am Strand. Ich seh sie, ich seh sie. Wo kommen die scheiß Viecher immer so irre schnell her? Die müssen ja direkt spornen oder so. Ist ja nicht so, dass sie einen Aquaradius von 10 Kilometern hätten. Ja, da ist aber nicht nur eine Alpha Wyvern. Sondern, was noch? Eben war da gar nichts. So eine schwarze. Das schwarze ist irgendein Drache. Keine Weiber. Eben war da. Ja, super. Also die Würvern sehe ich, den Drachen nicht. Der kreist gerade oben da, wo ich Strike hatte. Oh ja! Das ist der, der mich platt gemacht hat. So. Jetzt bleibt's doch, Würschchen. Ach, fertig. Mach ihn fertig. Beißen, 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 Beißen Stress pur Ja Da ist gerade ein grünes Crack, die Klippe sind an der Köln Scheiße Erwischt ihn noch? Nein Ja, ich muss aber drehen Kamera unter hier Er blutet schon extrem Aber wir haben da vorne noch ein Problem Was denn? Ein Dominos Oh shit Er ist tot Geil Warte, ich komme hoch Ich habe gerade eh nichts zu verlieren Ich habe nichts im Inventar oder so Irgendwas kommst du hoch Alleine Da ist noch ein Alpha-Waiwan, gell? Ja, ja Okay, den Dominos sehe ich, der schickt quasi hinter dir Da vorne ist das Feuer-Trike Ja Ich könnte noch den Alpha-Waiwan runterholen Meinst du, das wird funktionieren? Ich habe auch den Drachen jetzt runtergeholt Stimmt Das war ein Dominos Eigentlich sind die instant geschockt, ne? Also normalerweise Die können dann nichts mehr machen Ja, dann lass uns mal in seine Richtung Und hoffen, dass der im Dominos Hast du Beeren eingesteckt? Ähm Jetzt ja Gehe ich zur Alpha-Waiwan vor Du gib dem Trike einfach Beeren rein Ja, ich versuch's Geh wieder runter zum Strand Versucht hier verzweifelt einen Dodo zu klicken Ja, ja, ich sehe, er dreht sich die ganze Zeit auf die Beine Komm runter Ich bin mir nicht sicher Aber es könnte natürlich sein Aufgrund dieser verschiedenen Klassen Hier mit Prime und Alpha und Fernu gekackt Dass die vielleicht Oh oh, scheiße, der in Dominos kommt runter Er ist bei dir Ne, 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 ich bin neben dir So, ja, er ist da hinten Der ist beim Trike, wenn dann wahrscheinlich Nein, noch weiter hinten Noch weiter Vor allem kam er quasi runtergeflogen Ne, stimmt Die Weiber blutet gar nicht Er kommt gleich zu dir, ne? Die blutet noch nicht mal Nein Scheiße Er kommt zu dir Jo Ne, er haut wieder ab Jetzt kommt er wieder Weiß ja Aber er tut da noch nichts Ach Das ist 11,5 oder 11.000? 11.000 Auf geht Och bis recess S бы titt Bis ثم Bis später bis 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 bis